Julian, ein Bein nach vorne, Julian, ein Bein nach vorne, Julian, ein Bein nach vorne, ja, ein Bein nach vorne, ja, ein Bein nach vorne, ja, ein Bein nach vorne. Hier wird heute der Dschungel gefeiert. Was war das Schlimmste, Schrecklichste, Ekeligste, was Sie jemals gegessen haben? Ich esse grundsätzlich die Sachen, die als Dschungelprüfung angeboten werden, oft gerne privat. Und die sind oft nicht so günstig, ja, und sind auch gar nicht so einfach zu erwerben. Von daher, es gibt eklige Sachen bei der Dschungel, aber es sind nicht alle. Also das, was die als Kotschfrucht bezeichnen, ist Durian, eine der teuersten Früchte der Welt. Die kaufe ich mir und auch meiner Familie privat zum Beispiel. Dann gibt es bei Ihnen zu Hause? Ja, genau. Auch diese 100 Jahre alten schwarzen Eier, es ist privat.